Wo hast du diese Eier her? Aus dem Laden. Was für ein Laden? Supermarkt. Eier aus dem Supermarkt? Du müsstest mich eigentlich kennen. Müsstest wissen, was ich von Eiern aus dem Supermarkt halte. Die sind weder von freilaufenden Hühnern, noch schon gar nicht biologisch. Das sind Eier aus dem Hühnerkatzett. Naja, die schmecken ja wohl nicht anders. Habe ich jedenfalls noch keinen Unterschied festgestellt. Und billiger sind so hoch. Billiger. Als ob das ein Argument für alles wäre. Da. Hast du deine Billigproduzenten. Sieh dir das an. Was soll ich sagen? Großkäfighaltung ist einfach im Trend. Wird immer mehr gemacht überall. Unter solchen Bedingungen. Arbeiten wir schon längst. Nennt sich Großraumbüro. Du bist du unsere Bull Centre. Ich 그래. Ich bin jederzeit. Jagd-gegn Lebens prim. Vielen Dank.